Mario Kart A Da sind wir wieder bei Mario Kart 8, wir machen weiter mit dem nächsten Cup Wir haben aus dem Info Baby Rosalina freigeschaltet Das haben wir leider nicht auf dem Bild, tut uns leid So, und zwar, wenn man jetzt Plus drückt, dann sieht man hier die Stats, und das haben wir im letzten Part übersehen. Äh, ne, im vorletzten Part mal nicht. Ähm, und zwar, da sieht man, wie viel Haftung es dann hat. Wahrscheinlich nehme ich jetzt kein Bike, weil die Bikes machen sowieso keinen großen Unterschied. Ich nehme jetzt einfach, nein. Das Handling ist vielleicht von Demo. Tempo, möglichst viel Tempo einfach. Okay, Prima ist das bereits bereit. Das ist gleich in Vorher, damit wir sehr gut klar bekommen. Und den Wario gleich dann mehr freigeschaltet. Ja. Ich nehme das hier. Ja, das. Leiter. Okay, das wäre halt... Die Beschleunigung. Ja, das. Äh, ne, dann nehme ich... Ich nehme einfach den Wario-Gleiter. So, ich hoffe, dass es jetzt damit besser ist. Wir machen jetzt den Panzer-Cup. Was? Okay, oder? Wir haben den Blumen-Cup gerade freigeschaltet. Ja, ich weiß. Wollen wir erst... Wir wollen erst so machen. Wirst du danach die ganzen, äh, Retro-Stack machen? Ja. Okay. Also machen wir jetzt den Blumen-Cup. Okay. Ja, und jetzt, wo ich gesehen habe, dass man natürlich auch die Haftung darauf achten muss. Da gefällt mir das Spiel natürlich schon irgendwie so um 100% besser. Ja. Das freut mich. Vorher hat es mir 50% gut gefallen, jetzt fällt es mir 100%, äh, 150% gut. Hm? So, Blumen-Cup, Marius Pistil. Und da ist Peach-Schloss. Peach-Schloss. Und ihr seht das Ganze auch in 1080p, wenn ich nichts anderes da gemacht habe. Das wird zwar ewig zum Uploaden brauchen, aber für euch mache ich doch alles. Nicht wahr, liebe Zuschauer? So. Zwei. Eins. Bäm. So. Ich hoffe, dass ich jetzt diesmal nicht so die Scheiße drücken muss. Nee, schon viel besser, ja. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir natürlich auf die Münzen geachtet. Ja, dräng mich in den Dinges da rein oder was. Ich merk schon. Ich hab zehn Münzen schon. Was? Ich hab acht. Oh, ich küfte trotzdem. Sorry, ne? Äh, ach so, ich kann ja nicht mehr schütteln, ne? Doch, ich kann auch schütteln, okay? Ja, wäre ja ungefähr, wenn du dann keine Turbo-Schloss bekommen würdest. Ja, eigentlich schon, ne? Fuck. So. Ich glaub, ich hab das richtige Bike-Karte nicht gefunden. Ja. Hab ich dich getroffen? Hab ich dich getroffen, Alter? Ja, dann merkst du jetzt irgendwas. Ja. Wow, guck mal, Töne. Boah. Okay. Ich drifte jetzt trotzdem, weil irgendwie kann ich jetzt besser driften. Fuck. Och, danke. Ja, du bist gegen mich gefahren. Ja, das wäre doch egal. Alter! Okay. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja. Oh, oh. Oh, Glück gehabt. Ja, das ist mir gut. Mach das jetzt, bis du jetzt weiter bist? Ja. Oh, ich krieg drei. Haha. Ja. Ja. Ja, so macht das doch keinen Spaß. So. 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 Letzte Runde. Ja. Okay, jetzt hab ich doch meinen Spaß am Rüsten gefunden. Ja. Aber ich sollte mal wieder eine Nutze sammeln. Nein! Oh, das ist ja für dich. Ja. Ah, ich mach mir los. Oh, du bist ein bisschen heißer. Das will ich aber jetzt gar nicht wehen hier. Ne? Sonst werde ich sauer. Ja. Guck mal, wie die ganze Driftspulen hier sind. Das ist richtig geil. Ja. Ja. Scheiße. Ja. Nein. Fuck, Alter. Nein, jetzt beruhlt ihr mich auch noch. Ey, diese scheiß Schlampe. Fuck. Ey, du bist ja nicht gefahren. Nein, ich bin in den Gumbenturm reingefahren. Oh, aber zweiter, was? Zweiter? Oh nein, Daisy war vorne. Ey, wieso hab ich nicht Daisy genommen? Ja, aber ich nehm, bei Mark hat nämlich immer Daisy. Na ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du immer Mario und Luigi nehmen. Ach, Scheiße. Na ja. Okay. Scheiße. Auf jeden Fall macht das Fun jetzt. Wir spielen bis jetzt. Ja, wir spielen bis jetzt. Oh, Todtshafenstadt. Oh, geil. Guck mal, Mitte Feuersstadt. Ich glaub, das war Rosalina, oder? Ja. Oh Mann, das hab ich jetzt nicht gesehen. Scheiße. Ah, da. Ja. Och, wie geil. Da freu ich dich dabei. Da kriegt man ja fast nen Orgasmus. Ach, das schaff ich nie mit Turbostein. Hast du nicht mit einer Hochziehung? Öl. Das ist doch mach. Oh, Scheiße. Nein. Egal, ich krieg keine Items. Achso, ich sag so, wie kommt das irgendwie langsam vor? Ja, ist ja auch 50 Kubik, ne? Mhm. Oh. Man kann ja auf die... Alter, wie geil das ist, ne? Man kann ja einfach so die Dinger tragen. Hast du das hochgekommen? Nein! Wieso hab ich den losgelassen? Scheiße. Wir sind eigentlich voll schlecht, weil... Jetzt wieder dritter hier. Wow. Aber irgendwie kommt... Es ist wirklich so, oder? Dass die Pflanzen jetzt besser treffen. Das kann sein. Ich bin mir total so vor. Oh, Scheiße. Die Details finde ich irgendwie viel besser jetzt. Also... Als beim Narkype, wie zum Beispiel. Viel mehr Details hier, ne? Ja. Oh, guck mal. Da kann ich dich jetzt marschen zum Beispiel. Ja? Ich dachte, da kannst du nur abwehren. Ja, das auch. Man kann zwei Bios machen. Oh, guck mal. Das hätte ich jetzt zum Beispiel abwehren können. Wenn es mich jetzt fast getroffen hätte. Äh! Achso, ich bin so... Oh! Der ist ein Abkürzung, oder was? Scheiße, ich bin jetzt falsch gefahren. Scheiße, nein! Scheiße! Ja. Wenn ich jetzt einfach wegsmash. So. Geht doch. Okay. Und dann krieg ich jetzt besser rein. Hä? Du kriegst als Eis erst deinen roten Panzer? Ja. Bist du ja dumm, oder was? Alter, bist du dumm, oder so? Sorry, aber... Bist du dumm, oder so? Guck mal, ich hab drei Pilsen. Oh, nein, nein, nein! Oh! Ja, ich bin einfach siebter gerade kurz gewesen. Ich denk. Oh, guck mal, ein goldener Phoenix-Domopilz. Ach, Mann! Das ist immer dagegen. Alter, wir waren ein bisschen weg. Wah! Ja. Scheiße, ja, mach doch! Hä? Hast du gesehen, einen grafischen Grafikfehler? Ist die Kamera so durch die Welt durchgebackt? Kurz. Naja, sie ist ja auch noch gerade ein Ministar-Tom des Spiels, ne? Ja, wie ich einfach siebter bin. Hä? Mann, drifte doch. Ich bin jetzt siebter. Verstehe ich mich nicht. Ich fahre total gut eigentlich und bin siebter. Oh, Mann! Oh, Mann! Wow! Mann, ich... Lassen wir die falschen Tasten los. Ja, wir hatten da einen Stern. Oder haben wir außerdem vergessen, die... ...Töne auszufalten. Die Töne? Yeah! Ah, ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Aber egal, ne? Ich bin voll lahm, boah. Ich bin voll lahm, boah. Äh! Widerstehen bleibt! Wer? Mario! Mann, fuck, ey. Stehen müssen. Fuck! Ich hab dieben müssen. Ja, jetzt hab ich auch nur müssen. Ich bin einfach Erster bis die ganze Zeit. Ich bin voll auf. Ich bin voll auf. Ich bin voll auf. Ey, kannst du ein Video machen? Ja, lenkt doch! Ja, doch überhaupt nicht lenkt, ne? Ich muss das mal hier dürfen. Alter, wieso war ich so schlecht jetzt? Hallo? Wieso bist du jetzt nach vorne gegangen? Du musst dich doch verstehen können. Ja, ich wollte mir ein bisschen andere Haltung ein... Ja, das darfst du eigentlich... Das ist nicht erlaubt hier. Ja, ihr könnt natürlich auch jetzt schon mal in die Kommentare schreiben... Oh! Gruselwuselvilla! Wie ihr das Spiel findet, bis jetzt, würde mich sehr freuen. Guck mal, da sind so komischer Uhu. Ja. Drittes Rennen. Hä? Hä? So was, da reißt du es mal hoch. Das will ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Du kannst es halt einfach nicht atmen jetzt. Merk schon. Ja, wenn du mich einfach überholst. Ich hatte ja schon vorher vor dir. Äh, wirklich. Du hast doch keinen Sturm. Ich habe einen guten Probe stattgemacht. Ja, aber du bist ja hinter mir. Nein. Achso. Der Supermeister weiß ich als Pro diesem Spiel leider. Ja, ist klar. Bin ja schon zu... Hä? Ja. Ja. Wenn ich mal ans Bein gekippte. So oben dann. Nice. Och. Nein! Oh! Oh! Ihr legt doch, meine Güte! Alter, ist das nicht fest? Wie viel starten da? Ja. Ein Vierter. Die sind nämlich schlechter als die Computergegner. Die haben nur 50 Kubik. Das war schwer, die Computergegner. Oh! Also, ich bekomme die nächste vier von den Computergegnern mit. Ja. Genau. Du hast schon Hexler das Spiel entwickelt. Ich weiß es doch. Ja, ich kann die Seite mir ja nirgends so einsetzen, weil ja niemand hier kommt. Oh, jetzt. Ja! Mann! Och. Scheiße, Alter. Also, wenn du das Spiel nicht haben willst, dann nehme ich es ruhig. Hä? Ich bin zwar einfach den Großteil, wenn du es nicht haben willst, ja. Hä? Wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung, weil ich glaube, du bist so aufgeregt. Ja. Die ganze Zeit. Ja. Ich bring's selber darauf, dass ich grad... Ich freu mich halt... Ja. Hallo. Mann. Weil ich... Weil ich... fünfte... Das regnet mir so auch, dass ich fünfter bin. Ja, Mann. Es lenkt einfach... Es kommt mir immer so vor, als müsste ich total doll lenken. Ich muss quasi lenken. Ich muss quasi lenken. Äh... Ich muss quasi... Es ist das nächste Mal nämlich wirklich genau das gleiche wie du, ey. Es ist einfach mal das Beste direkt so, als müsstest du es. Das regnet mir richtig auf. Ihr lenkt doch. Wirst du geben, ich hab Mario Kart 7 gespielt, aber auch nur irgendwie einmal kurz raus. Lenkt doch. Ich... Ihr lenkt aber überhaupt nicht. Mann. Das ist richtig... Ah. Es wäre einfach so viel besser, wenn ich einfach mal richtig lenken würde. Ah. Aber so ein ganz bisschen einfach nur. Ja, ich hätte immer schlechter. Toll. Alter. Ah. Wieso bin ich so schlicht? Ich glaube, es liegt nicht an dir. Mann. Keine Ahnung, wie ich Alkohol bin. Ja, ganz schön. Dräng dich weg vom Item. Danke. Oh. Ja, Mann. Wie man einfach sofort stehen bleibt fast auf dem Rasen. Wie lang man eigentlich ist. Danke. Ja, das ist, ich glaube, da stehen, ne. Lol. Was? Was? Jesus. Was? Das sind Jesus-Autos. Die auf dem Wasser fahren können. So. Hm. Danke. Vielen Dank. Gott. Oh, Mann. Ich frage mich, warum ich am Anfang die Computer auch leichter war. Jetzt sind die immer schwerer geworden. Am Anfang bin ich auch immer zweiter. ach man sehen was passiert wenn ich einfach gar nicht dürfte du dürfst du auch überhaupt nicht oder ich bin ja auch gerade in den rand eingefahren ist richtig knapp ja so sie sind immer richtig knapp einfach mit den münzen muss ich mich daran gewöhnen ganz knapp reicht es nicht erreicht ist und manchmal reicht es halt auch nicht kann man vier münzen fünf die langweilige erster bin ja ich bin fünfter mann der link doch wir machen es dann nicht wenn ich quasi turbo ein pizza 1 ist dann muss ich quasi dürfen weil sonst kommt überhaupt nicht um die kurve siehst du siehst du das ist doch einfach nur behindert man muss ja quasi dass wir haben die jetzt weiter wirklich wenn ich mich jetzt so klick vor der kurve einsätze so dann geht es gar nicht ohne dürften bei mir geht manche gucken auch nicht um den dürften also auch ohne turbo und dürftest du dann dürftest du dann ja inzwischen schon inzwischen weiß ich dass der dürfte ist und welche städte zweiter gefahren bin dann weiß ich es manche immer noch fünf obwohl ich jetzt ja man ja mach doch gut hey du bist noch zweiter geworden ja nächstes mal nehmen wir einfach mal ich nehme einfach jetzt immer genau das wie du so toll sonst kann man ja gar nicht gewinnen und du natürlich automatisch sofort das allerbeste hast ja das war richtig glück lass mal laufen das war der ja ja ich höre doch mal ran äh ich guck mal da das sind meine da ja du bist dritter und dann erster 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 wieso wirst du jetzt mal hätte ich nicht angezeigt dann weiß ich nicht weil du nicht erster bist richtig schlecht durch zu schlechten oder du hast eine sternkraft freigeschaltet du hast einen neuen charakter freigeschaltet du hast 100 Münzen gesammelt dein neues Fahrzeugteil ist halt unverfügbar jetzt mal dürfen wir das dann nicht innerhalb außerhalb des Parts machen damit es aussehen wie es aussieht ne ja also dann geht es im nächsten Part weiter mit online und dann im übrigen Part geht es weiter mit dem nächsten Cup und dann würde ich sagen bis zum nächsten Part und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal